Heute geht's um Social Media Advertising und hier könnt ihr ihre Werbung stehen. Na, unsere Themen, meinst du? Was ist bei Social Media Werbung anders? Kann ich das nutzen? Und zerstört diese Werbung unsere Kultur? Damit hoffentlich nicht. Hallo. Und herzlich willkommen zur 23. Folge der Online-Geister. Online-Geister, Hausmeistereien. Sind unsere Themen eskaliert seit der letzten Folge? Ich finde es auch ein bisschen. Also wir hatten ja in der letzten Folge kurz mal über Cambridge Analytica gesprochen. Das war ja so eine kleine Situation bei Facebook gewesen. Das könnt ihr ja alles in der Folge 22 nachhören. Und das ist ja jetzt extrem eskaliert. Also zum einen ist herausgekommen, die Deutsche Post hat genauso Daten abgegriffen, wo auch bei extra drei, weil das glaube ich gesagt wurde, in den USA greift Facebook meine persönlichen Daten ab, in Deutschland die Post. Besser lässt sich der technologische Rückschritt Deutschlands in der Welt nicht umschreiben. Dafür haben wir bald Flugtaxis. Aber in Zuckerberg wurde es ja auch eine Anhörung ergehen lassen wegen irgendwelchen Datenschutzsachen. Was genau ist da vorgefallen, Christian? Ich habe die letzte Woche auch komplett mitverfolgt. Teilweise war es sehr gut gewesen, wie das Ganze lief. Teilweise war es auch einfach ein Fremdschemen gewesen. Also gerade dieser Aspekt, du hast republikanische Politiker, die dann bei Zuckerberg rummeckern, dass er doch Hate Speech und Fake News beflügeln würde. Gleichzeitig ist ihr Präsident der erste Fake News Verbreiter des Landes. Also da auch so ein bisschen diese Doppelzünglichkeit, Doppelmoral an der Stelle. Aber generell aktueller Stand ist folgender. Ist ja noch bekannt, Cambridge Analytica, da sind wir bei inzwischen 87 Millionen Menschen, also eben Facebook-Nutzer, von etwa zweieinhalb Milliarden sind es ja. Davon sind etwa 87 Millionen von diesem Cambridge Analytica-Fall betroffen, wo eben über Programme wie Kang, als was für Nagetier wirst du im nächsten Leben wiedergeboren, solche Selbsttests. Über solche Selbsttests wurden halt alle möglichen Daten von den Facebook-Profilen dieser Leute abgegriffen. Kennst du ja vielleicht, bist bei Facebook, kriegst dann so ein Angebot und um diesen Test machen zu können, musst du dich halt mit Facebook verknüpfen. Also diesen Test mit deinem Facebook-Profil verknüpfen. Ach cool, das ist kostenlos, die wollen nur meine Daten haben. Ja, sie wollen nur die Informationen über meine Kinder, Kindeskinder und Ahnen dritten Grades. Und über diese Schnittstelle, weil Facebook das eben ermöglicht hat, das war eine offene Schnittstelle, also Cambridge Analytica hat zwar am Ende ziemlich fragwürdige Sachen gemacht, aber das war technisch alles erlaubt, die haben sich nirgendwo reingehackt, das hat Facebook so gestattet, wurden halt sehr, sehr viele Informationen abgegriffen. Denn bei Facebook, da kommen ja in der heutigen Folge auch sowieso noch dazu beim Advertising, bei Werbung, werden ja auch sehr viele Informationen gespeichert. Und das kann am Ende sowas sein wie, sind diese Leute eher konservativ-politisch, eher liberal, sind sie unentschlossen? Und dann wird damit gezielt Wahlwerbung gemacht. Exakt. Und wegen exakt dem war jetzt die Anhörung von Zuckerberg oder generell wegen Datenschutzlöchern bei Facebook, weil dass es die gibt, ist ja allgemein bekannt, oder nicht? Konkret, ganz konkret, aufgrund dieser Cambridge Analytica-Sache wird jetzt gerade Facebook ein bisschen an den Pranger gestellt. Wo ich aber auch sagen muss, das ist seit Jahren so. Ich habe nicht gedacht, ich muss sagen, was mich am meisten überrascht hat. Es steht auch sogar in der AGB drin, dass Facebook das machen darf. Also wenn du Facebook anmeldest, dann ist, dann stimmst du zu, dass Facebook das mit deinen Daten macht. Wir haben alle die AGB gelesen und akzeptiert, als wir uns bei Facebook angemeldet haben. Das Häkchen habe ich gedrückt, alles gelesen und akzeptiert. Damit gehst du einen rechtsgültigen Vertrag ein und Facebook darf da alles machen. Da kommen wir heute sowieso auch noch ein bisschen auf solche Aspekte zu sprechen. Dass das moralisch und ethisch vielleicht problematisch ist, ist da nicht, ist erst mal nicht Thema, aber rechtlich ist Facebook auf der sicheren Seite. Eigentlich schon. Ich muss aber auch sagen, Mark Zuckerberg hat in dieser Anhörung, die ging ja auch über mehrere Stunden, teilweise auch Quirte Gülle erzählt. Wenn er dann gefragt wurde von irgendeinem Senator, ob denn Facebook auf WhatsApp-Nachrichten zugreifen könne und sowas, hat er gesagt, also entweder nein, Senator, davon ist mir nichts bekannt. Oder das weiß ich gerade nicht, da muss mein Team sich nochmal mit ihrem Büro auseinandersetzen. Der muss ausweichend antworten. Aber generell, es ist bekannt, Facebook greift auf WhatsApp-Daten zu. Das ist, also da kommen wir heute auch noch dazu, wenn es um diese Werbung geht. Das kann ja nur basieren auf sehr, sehr vielen Daten, die bekannt sind. Und da habe ich auch ein paar Storys aus meinen Kursen. Wenn ich dann, weil es auch zum Beispiel seit dieses Jahr Social Media Advertising bei mir beim Schriftarchitekt als Kurs, hatte ich auch schon eine sehr interessante Begegnung wieder gehabt mit Teilnehmern und Vorteilen. Aber generell, vielleicht als Fazit zu der ganzen Thematik, ich war am ehesten noch überrascht davon, dass es überhaupt so eskaliert ist. Vielleicht hätte man sich ja mal mit Datenschutz als Thema beschäftigen sollen, so wie wir das bereits in zwei unserer Folgen gemacht haben. Und übrigens auch nächsten Monat, dann in Folge Nummer 24 mit der Landesdatenschutzbehörde Thüringen. Endlich mal jemand, der Ahnung hat. Der Datenschutzgrundverordnung. Okay, das ist so ein kleines Thema. Ich freue mich wirklich, endlich mal mit Profis reden zu können. Ja, auf jeden Fall, das geht mir genauso. Wer uns liebt. Wer hat eine Schleifrute hier. Also wir sind nicht so, dass wir komplett profifrei sind. Dann das noch als kleinen Nachklapp zur letzten Folge, weil wir da über die Cambridge Analytica gesprochen haben. Und als Ausblick zur nächsten, gab es da in den Top 50 Alexa-Charts, Webcharts, irgendwelche Änderungen in den letzten Tagen, Monaten zu irgendwas Erwähnenswertes? Ich überlege jetzt auch gerade, wir bräuchten da vielleicht mal noch ein paar, ein, zwei Jingles, dass wir das ein bisschen besser ankündigen können. Aber... Wollt ihr doch mal ranholen? Die Online-Geister, Webcharts. Ja, das können wir gerne machen, wenn sie mal wieder ein bisschen die Zeit finden. Momentan ist sie ja außer Landes tätig. Aber wir hatten ja in der letzten Folge ankündigt, wir wollten uns jetzt so ein bisschen mit den Alexa Top 50 auseinandersetzen. Also Alexa, eine von Amazon gekaufte Statistik-Website. Generell auch sehr vertrauenswürdig durchaus. Hat eben auch verschiedene Länder, Länder-Top-Listen. Also eben die beliebtesten Websites nach Aufrufen in den Ländern. Und da machen wir jetzt hier einfach mal kurze allgemeine Übersicht. Generell in Deutschland kannst du sagen, die populärsten Websites, Google, YouTube, Facebook, Amazon. So langweilig, so erwartbar. Die soweit erwartbaren... Wo kommt das Spannende? Was ist denn VK? Das ist Russisch. Ja. Aber Deutsch? Top-Upper? Ach, auf Deutsch, Mann? Die acht beliebteste Website, VK, Vkondakte, quasi das russische Facebook. Auf Platz Nummer 11 ist OK, Adnokrasniki. Das ist quasi StayFriends, StudiVZ. Eben in Russisch. Und auf Platz 14 Mail.ru. Noch vor Reddit. Genau, noch vor Reddit, was dann auf Platz 15 käme. Wir müssen mal eine Reddit-Folge machen. Aber was ich sehr, sehr interessant finde, ist eben auf Plätzen, also jetzt zum Stand April, auf den Plätzen 8, 11 und 14 der beliebtesten Websites in Deutschland sind russische Websites. Kannst du dir erklären, wer das kommt? Viele Deutsch-Russen? Ja. Also wird am Ende das genau sein. Ich hätte zwei oder drei in der Schule, wenn wir mit dem hier sitzen. Spätaussiedler, Russlanddeutsche und so weiter. Das hat einmal damit zu tun. Hat aber auch viel, denke ich, damit zu tun, dass es ja auch generell, finde ich, zumindest in Deutschland eine sehr gespaltene Haltung gibt, eben zum Thema Russland. Die einen sagen, auch hier, was die Sanktionen gerade politisch angeht, oh nee, hier bloß nicht, wir sind ja von Russland abhängig und weiß ich nicht. Also da gibt es extrem gespaltene Meinungen. Und ich habe auch einen persönlichen Bekanntenkreis, ein paar Leute, die informieren sich bei RT. RT Deutsch, Russia Today. Okay. Das ist ein russischer Staatssender. Ja. Weil sie ja da meinen, das ist ja unabhängig. Ein russischer Staatssender. Also da könnte aber vielleicht auch so zum Teil ein bisschen diese Nutzung herkommen. Da ist sogar ZDF unabhängiger. Aber es gibt halt sehr, sehr viele Deutsch-Russen in Deutschland oder eben Spätausfiedler oder halt einfach durch die DDR-Vergangenheit auch sehr viele Kontakte eben nach Russland oder halt in slavisch sprechende Länder. Okay. Wir werden ein Auge draufhalten. Wenn da wäre es kommen. Die erste Pornseite ist übrigens auf Platz 18 X-Hamster. Noch vor Platz 19 Twitter. Und dann direkt danach livejasmin.com. Ja, also eine Porno-Chat-Website ist populärer als dann übrigens PayPal, also Platz 21. PayPal ist ja auch. Und dann kommt wieder eine russische Seite. Ja, dann kommt Yandex, das ist das russische Google. Und danach kommt Google.ua. Ukraine. Ukrainisches Google. Google in Ukraine. Also das russische Google und die ukrainische Google-Variante ist populärer als Spiegel zum Beispiel. Ich finde sehr gut, dass Bing noch vor Bild ist. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Als ich nach einem Klassiker gesucht habe, um ihn in die Sendung aufzunehmen als Liedbeitrag, ist mir sofort dieses Lied eingefallen, weil ich seit dem Semester angefangen habe. Es ist ein super Gefühl. Du hast mir auch erzählt, dass es auch super geht gerade, oder? Ich habe ordentlich zu tun. Du hast ordentlich zu tun. Also an sich sehr gut für einen Freischaffenden. Und deswegen kommt jetzt I Feel Good von James Brown. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr Podcast-Hörer bekommt noch einen kleinen Hinweis, wie ihr uns unterstützen könnt. Steady ist eine deutsche Plattform für Crowdfunding. Dort könnt ihr Projekte unterstützen. Wenn euch die Sendung wie uns am Herzen liegt, freuen wir uns sehr über eure Hilfe. Und ihr bekommt auch was dafür. Bei Steady könnt ihr Unterstützerpakete ab einen Euro auswählen. Werdet namentlich in unserer Unterstützerliste genannt. Macht Themenvorschläge zur Sendung und stimmt darüber ab, worüber wir quatschen sollen. Wählt eure Lieblingsmusik oder... Ja, lasst mich für euch alles tun, was ihr wollt. Um Online-Geister zu helfen oder Tristan zu necken, geht jetzt auf Online-Geister.com-steady. S-T-E-A-D-Y Oder sucht uns einfach bei SteadyHQ.com. Und jetzt geht's weiter mit der Sendung. Ich fühl mich gut. Christian fühlt sich gut. James Brown fühlt sich gut. Fühlt ihr euch auch gut? Bestimmt. Denn wir sind angekommen beim Thema. Online-Geister. Thema der Sendung. Social Media Advertising. Also Werbung in sozialen Medien, oder? Exakt. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Soziale Medien. Man kann ja generell unterteilen in traditionelle, analoge Werbung, in Online-Werbung. Erstmal für den kurzen Überblick. Traditionelle Werbung, da meine ich jetzt Zeitung, TV, Radio, alles, was halt irgendwie über Rundfunk oder wie immer rausgeblasen wird an die Masse. Und dann gibt es Online-Werbung, wo wir beispielsweise haben... Also mit Bandern, mit Videos, also Video-Werbung für YouTube-Videos. Beispielweise. Wenn ich Google irgendwas suche und dann Werbebanner oder Suchergebnisse, die Werbung gesponsert sind, rauskommen. Und dann auch die Social Media Werbung. Exakt. Das muss man nämlich auch nochmal unterteilen, denn Internet ist nicht gleich Internet, Online ist nicht gleich Online. Und übrigens ganz wichtig, Bannerwerbung meint in dem Fall wirklich solche Werbebanner auf irgendwelchen Websites. Es gibt ja auch noch Bannerwerbung in der freien Landschaft. Also Werbewände zum Beispiel draußen. Ach so, ja. Auf Autobahnen und in Bahnhöfen. Wir reden über das Internet, das sind Banner schon verstanden. Ich möchte nur sagen, es gibt zum Beispiel auch animierte Banner in Bahnhöfen jetzt inzwischen recht viel. Das ist dann sogenannte Displaywerbung. Oha. Also das ist jetzt Vokabular. Aber einfach, dass ihr erstmal die Unterschiede da kennt. Und generell Social Media Werbung ist vor allem zielgerichtet und eigentlich in jeder Alltagssituation irgendwie anwendbar. Im Gegensatz halt zu TV, da brauche ich ein Fernsehgerät. Radio brauche ich ein Radio. Ja gut, bei Online-Werbung brauchst du ein Smartphone. Aber ja, klar brauche ich ein Smartphone. Aber das habe ich immer in meiner Handtasche oder in meiner Hosentasche oder halt irgendwie an der Person. Wohingegen eine Zeitung muss ich halt erst kaufen. Fernseher ist jetzt auch nicht so leicht zu transportieren. Und generell, wenn ich halt mit einem mobilen Endgerät unterwegs bin, habe ich das ja einfach dabei. Und das ist vor allem für das Internet. Also ich gucke selten analoges Fernsehen auf dem Smartphone. Ich gucke selten analoges Fernsehen. Punkt. Kommt ja auch noch dazu, ja. Und kommt auch noch ganz wichtig, Social Media Werbung. Ihr habt individualisiert nach Personen und Interessen. Wir haben ja eingangs auch erwähnt, dass Daten gespeichert werden. Und wenn Facebook weiß, wo du dich rumtreibst, dann kriegst du Werbung rein. Ich habe mir letztens Zubehör für meinen Bass und mein Gerät angeguckt, Kabel, Effektgeräte. Und da natürlich kurz danach bei Facebook ist ein Banner aufgeploppt. Hier, guckst du mal bei Thomann vorbei. Thomann hat Musikinstrumente. Ja, oder als ich mit Lydia vor zwischen fünf Jahren war das gewesen, da hatte sie ein Auslandssemester, Auslandsjahre, schlussendlich in der Schweiz gemacht. Und da hatten wir, in dem Fall lief das über Google bei mir, Google Mail. Da habe ich das erste Mal in einer Korrespondenz den Begriff Zürich erwähnt. Und was war am nächsten Tag? Ich habe natürlich unendlich Werbung für Zürichreisen bekommen. Also insofern ist das ja schon mal ein gewaltiger Unterschied. Sogar E-Mails abgreifen, das wusste ich noch nicht. Eine gute Google Mail, Facebook. Also ich glaube, wenn du aus Cambridge Analytica eins gelernt haben sollst, dann, dass die alles nehmen, was möglich ist. Ja, Facebook, aber nicht Google. Ja, Google ist Don't Be Evil, das ist auch schon eine Weile her. Womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass es unverständlich ist. Denn das muss ja auch noch erwähnt werden. Diese ganzen Unternehmen, das sind ja keine Charity-Organisationen. Die möchten ja schon irgendwie Geld verdienen. Und das machen sie halt mit Werbung. Gerade bei Social Media ist Werbung halt extrem verbreitet. Wenn du mal absiehst von zum Beispiel Xing, was sich über Mitgliederbeiträge finanziert. Du hast ja für alles eine Premium-Funktion. Oder halt speziellere Dienste, wenn ich jetzt auch Richtung Prezi schaue. Das läuft ja auch über so Premium-Features. Discord genauso. Das sind auch Premium-Funktionen, die besondere Features freigeschalten. Aber die meisten Plattformen, wie eben Facebook, Twitter und Co., die sind an sich in Anführungsstrichen kostenlos zu benutzen, finanzieren sie eben aus Werbung. Also Facebook selbst. Skype übrigens auch. Es ist mir oft lange nicht aufgefallen, dass bei Skype auch immer ein Werbebanner oben mit drin ist im Klienten, wenn ich den offen habe. Ja, Skype gehört zu Microsoft. Das heißt, Microsoft kriegt dann alle meine Skype-Informationen. Und manchmal ist auch ganz dubioses Zeug mit dabei. Das finde ich, so typische Sachen wie, sie sind der 1.000. Besucher dieser Webseite. Ich benutze Skype, das ist mein Skype-Kleer, der gerade offen ist. Ich kann nicht 1.000. benutzen. Das ist dann aber auch wieder Microsoft. Die haben die Werbung noch nicht so super optimieren können. Im Gegensatz zu den beiden Spitzenreitern, globalen Spitzenreiter in Social Media Advertising, eben Google und Facebook. Das sind die beiden größten Werbeunternehmen unseres Planeten. Und ja, richtig gehört, das sind keine Suchmaschinen, das sind keine sozialen Netzwerke, das sind Werbeunternehmen. Denn damit verdienen sie ihr Geld. Muss einfach erstmal so gesagt werden. So wie die Deutsche Werbeagentur, die auch Werbewerbung gemacht hat für Werbung. Macht die das immer noch? Früher aufgefallen in Bussen und halt die Stellen. Ja, oder auch Radiowerbung. Dieses geht ins Ohrblatt im Kopf. Keines Ohrblatt im Kopf. Als Kampagne finde ich das gar nicht mal so blöd gemacht. Sie reichen immer die richtigen Leute. Ja gut, weil sie jeden erreichen theoretisch, der immer mal Radio anmacht. Mit Facebook und Google kann man halt gezielt die Leute erreichen, die es vielleicht sogar interessant finden, was du da gerade machst. Denn bei traditioneller Werbung blase ich das Zeug einfach nur raus und hoffe, dass es an den richtigen Leuten kleben bleibt. Bei Social Media Advertising, bei Social Media Werbung habe ich konkrete Zielgruppen, die ich erreichen kann. Da übrigens auch ganz frische Studie vom Brancheverband Bitkom. Die beliebtesten Orte für Social Media. Wo benutzen Leute Social Media? Ja, also einfach wo kann ich Zielgruppen tendenziell am besten erreichen. Also sprich, der Kontext. Das ist ja auch ganz gewichtig. Während sie Fernsehen oder während sie irgendwas auf Netflix streamen oder YouTube wahrscheinlich angucken. Oder im Bett, öffentliche Verkehrsmitteln. Das kann ich auch am besten verstehen. Zu 52 Prozent. War noch ein bisschen. Während Arbeitsschule, Uni, da wäre ein absolut gefälliges Arbeiten. Zu 38 Prozent. Auf der Toilette. Zu 37 Prozent. Ja. Also die Top 5 Orte, wo Social Media am meisten genutzt wird. Also sprich, ich Leute auch am besten erreichen kann. Eben während sie Fernsehen oder sich den Stream anschauen. Also sprich, so nebenher irgendwas rumdaddeln. Kann ich auch bestätigen. Ich arbeite für das Halle-Saale-Kreis-Netzwerk. Also wen das interessiert, halle-saale-kreis-netzwerk.de ist so ein Regionalportal. Dort haben wir auch einfach statistisch festgestellt, Sonntagabend. Also wahrscheinlich der Klassiker, Tatort, erste Durststrecke oder sowas. Irgendwie wird es gerade nicht wieder interessant. So wirklich in dieser Zeit von 20.30 Uhr bis 21 Uhr haben wir tendenziell die meisten Zugriffe. Und das ist halt da wirklich eine wichtige Rolle. Frage ist jetzt bei der Studienzeit zum Beispiel, was heißt im Bett morgens, abends. Das ist jetzt hier nicht deutlich. Öffentliche Verkehrsmittel macht auch Sinn. Lest man lieber ein gutes Buch, Leute. Aber öffentliche Verkehrsmittel. Ist auch besser für die Augen. Öffentliche Verkehrsmittel übrigens macht auch sehr, sehr viel Sinn. Also die ganze ÖPNV im Transit. Da habe ich die meisten Kontakte zu. Ich habe ja kein Smartphone, aber ich sehe die meisten Leute, wenn ich in der Straßenbahn stehe oder sitze, die Leute mit dem Smartphone. Das finde ich auch gar nicht schlimm. Früher haben Leute in der Bahn sitzen, in der Zeitung gelesen. Es gibt ja so was weiß vor, das sind 50ern, wo so alle eine riesige Zeitung vor sich haben. Also es ist nicht viel sozialer als jetzt hier sitzen. Und selbst wenn du kein Smartphone hättest, würdest du mit wildfremden Leuten, die auch kein Smartphone haben, in der Straßenbahn reden. Nein, du wirst ein Buch rausholen, du wirst lesen, du wirst Musik hören. Da kann ich es auch am besten verstehen. Die meisten Zugriffe im ÖPNV sind dann übrigens auch zu berufsbezogenen Themen. Wir haben ja auf dem Weg zur Arbeit mit socialmediastatistik.de übrigens jetzt auch komplett neues Design-Overhaul. Die Seite ist komplett frisch erreichbar. Also wir haben die mal ans Jahr 2018 angepasst. Und dort übrigens auch morgens, so in den üblichen Transitzeiten zwischen 7 und 8 Uhr. Oder halt nachmittags, so in den üblichen Rush-Hour-Zeiten zwischen 15 und 17 Uhr, haben wir dort die meisten Zugriffe auf die Website. Also einfach die Leute, die halt gerade von der Arbeit kommen oder beziehungsweise zur Arbeit fahren. Also die Leute, die Social-Media-Werbung schalten, wissen das natürlich auch, was wir hier machen. Das ist ja allgemein bekannt. Das kann man ja alles abgreifen. Und versuchen dann ihre Werbung so zu gestalten, dass Leute, die gerade im Bus sitzen, das am ehesten anspricht. Oder dass Leute, die gerade nebenbei Tatort gucken, die Werbung auch aufmerksam werden, kurz draufklicken. Und dann sich weiter über das Produkt informieren, wofür da geworben wird. Wie viele von euch, meldet euch da einfach mal kurz, hören uns im Badezimmer? Oder haben mit uns Kontakt, während ihr gerade irgendwelche Tätigkeiten im Badezimmer verführt? Und finde ich auf jeden Fall sehr interessant, denn das ist ja gerade für Toilettenpapier-Anbieter und sowas eigentlich gefunden, das Fressen. So greifst du zur Rolle, ist leer, scheiße. Bling, Facebook-Werbung, Toilettenpapier, jetzt frei Hauslieferung, oh geil. Musst halt ein bisschen warten. Dann schlafen die Beine ein. Ich kann das ja nicht irgendwie auf dem Klo was lesen, ich bin viel zu schnell. Aber was du nutzen kannst auf jeden Fall, ist eben diese Social-Media-Werbung. Übrigens da auch gleich als wahren Hinweis. Wir machen das jetzt wirklich einfach neutral. Datenschutz-Aspekte haben wir, glaube ich, schon genügend drüber gesprochen. Aber da vielleicht auch zum Nachhören, wir haben schon zwei Folgen zum Thema Datenschutz gemacht. Nächsten Monat kommt ja die nächste. Insofern bitte eher darauf verweisen. Wir besprechen jetzt wirklich, was man einfach machen kann. Nicht, was man machen sollte, was man machen darf. Wir dürfen alles Mögliche. Internet ist noch neu, keine Gesetze. Das ändert sich ja. Das haben wir doch nächsten Monat dann. Da kommt einiges. Und einige dazu gezielgerichtete Werbung auf Social Media finden viele. Ich finde es manchmal auch besser, wenn Werbung zu etwas kommt, was dich persönlich interessiert, als wenn irgend so ein Schwachsinn reingeworfen werden würde. Ich sehe auf YouTube manchmal irgendwie Werbung für Formel 1. Mir interessiert Formel 1 überhaupt nicht. Die machen jetzt eine große Werbekampagne gestartet. Und da klappt es wohl noch nicht so mit der Zielgruppe. Nur weil ich Wrestling gucke, mag ich doch kein Formel 1. Das ist was völlig anderes. Aber wissen wahrscheinlich die Werbeleute nicht. Aber dafür pumpen die Werbeleute ordentlich Geld rein in Social Media. Also jetzt aktueller Stand 2018 sind wir bei etwa weltweit etwa 45 Milliarden mehr. Das ist noch 45. Das ist eigentlich noch zu wenig. Euro sogar. 45 Milliarden Euro. Also Desktop und Mobilwerbung zusammengenommen. Sind wir bei etwa 47 Milliarden. Milliarden Mobil. Davon sind 38,8 Milliarden Euro Mobilwerbung. 7,6 Milliarden sind Desktop-Anteil. Für 2018 aber noch eine Prognose. Das ist noch nicht fest für 2018. Sichere Zahlen haben 2017. Das sind knapp 40 Milliarden. Genau. 32 Milliarden. Davon mobiler Anteil. Und 7,5 Milliarden. Übrigens Desktop bleibt auch immer so zwischen diesen 7 und 8 Milliarden. Auch in der Prognose. Aber mobil wird sich nicht großartig verändern. Für 2022 sind 61, über 61 Milliarden Euro prognostiziert. Mal für ein paar Vergleiche. Ich habe mir die größten Brutto-Werbeumsätze von TV-Sendern angeschaut. Für einen Spitz ist da bei 7. Die sind bei 2,4 Milliarden Euro. Werbeumsatz. Also alles zusammen, was dieser TV-Sender hat. Weil es nur ein deutscher TV-Sender. Und klar, weltweit, wenn du es zusammennimmst, ist es wahrscheinlich noch größer. Aber dafür, wenn wir uns die andere Statistik anschauen, das ist ja ein konstantes Wachstum bei Social-Media-Werbung. Inhalts neues Medium. Ich kann es jede Folge nochmal wiederholen. Das Internet wird nicht weniger werden. Fernsehen wird weniger werden. Alles, was nicht Internet ist, muss entweder nachziehen, muss sich auf Internet ausweiten. Oder wird irgendwann aussterben. Auch wenn es bei einigen Sachen bestimmt schade ist. Die Werbung hängt da halt in nichts nach. Fernsehwerbeblocket, da schalten Leute um. Da schalten Leute weg. Da gehen Leute aufs Klo. Da kannst du gerade keinem mehr hervorloggen. Wenn du auf Facebook durchscrollst und irgendeine Werbung aufploppt, die genauso aussieht wie irgendein Social-Media-Post von einem deiner Freunde, da raffst du erstmal nicht, dass es gerade Werbung ist. Da steht zwar Anzeige ganz klein oben drüber, aber das wirst du eher annehmen, als wenn du Werbebanner blinken an der Seite hast. Oder viel eher noch als, wie gesagt, Fernsehwerbung. Es gibt eine fixe Anzahl an Konsumenten und einfach immer mehr Werber aus unterschiedlichen Bereichen. Die prozentualen Anteile werden sich auf jeden Fall verändern und anpassen. Momentan ist ja auch noch der Stand, eben der Google und Facebook sind ja global die größten Werbetreibenden im Online-Segment. Also wenn du keine Facebook-Werbung irgendwo angezeigt bekommst, hast du Google-Werbung. Das ist ein sehr, sehr großer Anteil. Es gibt zwar auch noch so Drittdienste, Twitter macht ja zum Beispiel auch Werbung, Xing und LinkedIn machen auch bloß Werbung. Bei Twitter ist das nicht der Adblocker, bei Facebook nicht. Die größten, den Löwenanteil einfach am Werbemarkt haben halt Google und Facebook. Und da musst du nämlich auch nochmal unterscheiden. Das merke ich bei meinen Kursen halt immer. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch Facebook-Marketing mache als eigenen Kurs, dann habe ich meinen Teilnehmer, die sitzen da drinnen und kennen vielleicht auch ein neues Thema. Und ich habe immer gedacht, das ist so und so. Nee, nee, da musst du so und so denken. Oh, das ist ja kompliziert. Und das ist nämlich genauso. Wenn ich gerne mein Social Media Advertising als Kurs, als Seminar anbiete, dann habe ich dort ja sowohl Google als auch Facebook. Das ist nochmal ein bisschen komplexer als nur Facebook. Bei Google hast du nämlich keine Zielgruppen, du hast Interessen. Da musst du halt nach Keywords arbeiten. Also du musst wissen, was deine Kunden wollen. Ich möchte Werbung anbieten, jemanden, der diesen Begriff sucht zum Beispiel. Ja, und da ist es ja sehr, sehr wichtig zu wissen, was für ein Begriff wird eigentlich gesucht. Ich habe das Problem immer bei mir zum Beispiel, wenn ich sage hier, Agentur Schriftarchitekt, was biete ich an? Biete ich Seminare an, Workshops, Weiterbildungen, Fortbildungen, Kurse und so weiter. Da gibt es ein gutes Tool von Google übrigens selbst. Da gleich mal euch erwähnt, google.de. Ich glaube, ich würde, wenn ich einen Kurs suchen würde, den du anbietest, nach Weiterbildung suchen. Also Internet, Social Media, Weiterbildung. Okay, ich gebe da mal Weiterbildung ein als Suchbegriff und bekomme dann hier bei Google eine entsprechende Ergebnismaske. Da sind eben alle Google-spezifischen Suchen drin. Also was ich jetzt hier bei Google Trends angezeigt bekomme, ist halt das Interesse im zeitlichen Verlauf, beziehungsweise auch regional, wer halt nach dem Begriff Weiterbildung bei Google eben gegoogelt hat. Weltweit, wir gucken, wir können jetzt aber vielleicht nochmal Deutschland eingeben. Da können sich nämlich solche Statistiken immer sehr krass ändern. Ich kann von mir aber schon sagen, letzte zwölf Monate, ich mache mal auf die letzten fünf Jahre. Da merkst du nämlich zum Beispiel auch im zeitlichen Verlauf deutliche Schwankungen. Es sinkt immer irgendwie, gefühlt, einmal jährlich ab. Ja, und nämlich waren zu Weihnachten. Ah, da wollen Leute nicht. Und im Januar, die guten Vorsätze, da steigt es immer dramatisch an. Dann wird es, und dann pünktlich zu Weihnachten wieder ein krasser Abstieg. Ja, und was ich auch sehr interessant finde, du hast nämlich gesagt, du würdest nach Weiterbildung suchen, wenn du jetzt ein Schriftarchitekt-Seminar zum Beispiel möchtest. Ja, also wenn ich dich nicht kennen würde. Ich möchte irgendjemandem, der was erzählen kann, wie ich mich bei Facebook besser präsentiere. Ich habe eine Firma, die wir stellen, Klobrillen her, keine Ahnung. Wir wollen Lärmung machen bei Leuten, die auf dem Klo sitzen. Die merken, Klobrillen ist unbequem. Und ich suche mir jetzt, okay, wer kann mir erzählen, wie ich da besser Lärmung machen kann. Insofern, Hashtag Online-Geister auf Klo. Schreibt rein, wo ihr es hört. Mach das. Aber Tristan, ich darf dich beglückwünschen, du bist jetzt offiziell ein Ossi. Du bist assimiliert. Du hast nach Weiterbildung geschaut, denn Weiterbildung ist am populärsten in den Bundesländern Sachsen-Anhalt. Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Berlin. Also die neuen Bundesländer, dort ist der Begriff Weiterbildung am populärsten. Ich mache mal einen Vergleich mit auf, dann zeigt es nämlich auch das Coole bei diesem Stuhl, dass du eben direkt Begriffe vergleichen kannst. Fortbildung ist dann... Fortbildung, nur mal als Beispiel. Das wird in anderen Regionen gesucht. Aber insgesamt auch weniger in Schleswig-Holstein ist es insgesamt Spitzenreiter, aber vor allem so im Nordwesten. Ja, aber insgesamt ist trotzdem noch Weiterbildung höher. Was ist denn mit Seminar zum Beispiel? Ganz klassisch. Da ist nämlich auch wieder das Problem Seminar. Manche mit dessen Uni-Seminar oder katholisches Priesterseminar wird zum Beispiel auch direkt angeboten als Vorschlag von Google. Das ist ja auch das Problem Doppeldeutigkeiten von Begriffen. Aber Seminar ist auch nur etwa so hoch wie Weiterbildung. Aber zum Beispiel Seminar ist der Fall im Süddeutschen. Ja, ist im Süden ganz hoch. Da musst du halt wissen, was deine Leute haben wollen, wo du sie suchen. Also wenn jemand im Osten nach einem Seminar holst, dann bist du natürlich vor Ort hier in Halle. Da kann man dann, wird man eher nach Weiterbildung suchen. Da wirst du eher Erwährung machen bei Leuten, dann Weiterbildung suchen. Aber dann schau mal bitte, wenn wir gucken nach Suchanfragen. Zum Beispiel Baden-Württemberg bei Seminar. Da fragen die meisten. Und worum geht es da? Gin-Seminar. Es ist auch wichtig. Man muss ja wissen, welchen Gin man am besten. Also entweder das oder wie braue ich selbst Gin. Also das ist nämlich auch die Frage. Ist das für mich jetzt interessant? Ich selbst biete ja vor allem im Unternehmens-Consulting-Bereich was mit an. Also das passt bei mir jetzt nicht. Aber direkt danach habe ich dann zwei Leute. Das ist dann einfach Überwerbung bei dem Christian und bei dem Robert. Das sind dann solche Online-Gurus, Business-Kurs, diese Chaka, du schaffst das Mentalitäten. Das geht schon eher wieder ein bisschen in diesem Bereich. Aber da kannst du halt schon mal einfach bei Begriffen schauen. Eben über google.de slash trends. Über das Tool, was du da so findest. Und ich würde sagen, wir machen dann vielleicht erstmal Musikpause. Wollte ich gerade überleiten. Kannst du mir Gedanken lesen. Es ist ja jetzt endlich im April Frühling. Letztes Jahr lag es halt ja noch tiefer Schnee. Aber die ersten Blumen kommen raus. Und deswegen habe ich das wunderschöne kurze Lied Butterblume für euch rausgesucht. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik und ihr hört einen Hinweis in eigener Sache. Unsere Website hosten wir bei Alphahosting. Wir hatten bislang noch nie Probleme. Schneider Kundendienst, stabile Server. Wir können es eigentlich nur empfehlen. Geht jetzt auf onlinengeister.com slash hosting. Und für jeden Vertrag, den ihr mit Alphahosting schließt, bekommen wir kleine Gutschrift. Und damit könnt ihr halt auch helfen, uns und die Sendung zu unterstützen. Vielen Dank. Und jetzt geht es weiter mit der Sendung. Kopelius mit Butterblume. Die kleine Butterblume genießt die Sonne. Und wir genießen mehr Werbung. Also Talk über Werbung. Denn Social Media Advertising ist ja unser Thema der Sendung. Gerade hatten wir schon mal einen ganz kurzen Überblick zu Google gemacht. Da einfach mit dem Schwerpunkt auf Interessen. Jetzt schwenken wir um zu Facebook. Das ist jetzt auch keine Werbung für die, aber einfach sind halt die Größten. Bei Facebook. Jetzt können wir auch, wenn es die Größten sind. Nein, es sind einfach die, über die man reden sollte, weil sie marktbeherrschende Lagen haben. Auch wenn Mark Zuckerberg in seiner Kongressanhörung gegenteilig es behauptete. Wenn ich im Werbeanzeigenmanager, nennen sie das Tool bei Facebook, Werbung schalten möchte, muss ich sagen, ich finde das generell sehr, sehr schön gemacht. Da greift, also da führt mich Facebook richtig so ein bisschen an der Hand. Die wollen ja, dass du Werbung schaltest. Ja genau, das heißt, da haben sich auch wirklich Mühe gegeben mal. Deswegen kommt auch so viel Werbung von Leuten, die irgendwie ein bisschen amateurhaft aussehen. Auch ganz viele kleine Unternehmen, kleine Gruppen einfach nur machen Werbung für ihr Häkeldeckchen. Das ist auch die strategische Ausrichtung gewesen. Also Facebook wollte immer auch diese kleinen, vor allem diesen KMU, kleine und mittelständische Unternehmen ansprechen. Google halt eher nicht, weil sie sich gesagt haben, naja, wir können halt bei den Großen mehr Geld einfach machen. Das ist auch so eine strategische Ausrichtung der Unternehmen an der Stelle. Aber Facebook selbst beschäftigt sich vor allem halt mit Personen. Deswegen möchte Facebook ja auch, dass wir sehr, sehr viele Informationen über uns preisgeben. Wann bist du geboren? Welche Schwester hast du? Wie viele hast du? Deine Interessen? Was für eine Beziehung bist du? Und diese Informationen verarbeitet Facebook dann. Da gibt es drei verschiedene Kategorien. Bekanntheit, Erwägung, Conversion, was ich halt als Marketingziel ausgeben möchte. Ich nehme einfach mal ein Beispiel raus, denn das wird jetzt nämlich alles viel, viel zu weit führen, wenn wir da gedetailliert drauf eingehen. Da habe ich drei Tageskurse. Ah, okay, wähle aus, wo du mehr Traffic generieren möchtest. Also deine, die Werbung verlinkt auf die Webseite. Möchtest mehr Traffic auf deiner Webseite? Oder mal eine App oder über den Messenger, dass Leute mich zum Beispiel über den Facebook Messenger anschreiben. Das Wichtige bei Facebook aber vor allem ist der Punkt der Zielgruppe. Ich kann bei Facebook halt alles einstellen. Junge Leute, alte Leute, Männer, Frauen dazwischen, Kinder, Leute, die in Musikgruppen sind, Leute, also in Ferngruppen für Musik sind, Leute, die Theater spielen, Leute, die lustige Bilder teilen, Leute, die auf Farben will sind. Leute, die ein gewisses Nettoeinkommen haben. Ja, das weiß Facebook. Komme ich gleich dazu. Oh Gott. Übrigens als Hinweis, jetzt gerade potenzielle Reichweite, das ist dieser kleinen Ticker hier rechts, da sind wir bei 36 Millionen Leuten. Einfach weil wir nur bei Deutschland sind gerade, ne? Wir haben jetzt nur, das ist voreingestellt bei den Werbeanmeldungen, da braucht erstmal irgendwas, das ist jetzt alle Leute ab 18 Jahre, Facebook ist ab 13 freigegeben. Wenn ich jetzt mal sage, maximal, da sind wir bei 38 Millionen, ab 13, die in Deutschland sind. Und mal hier die werberelevante Zielgruppe 14 bis 49. Da machen wir mal 14 bis 49, deutschlandweit dann wieder, Männer und Frauen, da sind wir bei 31 Millionen. Ja. Aber generell bei diesen 36 Millionen, ich habe das immer voreingestellt, ich mache ja regelmäßig meine Kurse, das heißt, ich habe so ein paar Erfahrungswerte jetzt auch. Also die ganzen demografischen, detailliertes Targeting, Personen einschließen, die auf die mindestens eines der folgenden Merkmale zutrifft. Das ist super interessant, weil die meisten Leute werden diese Maske überhaupt nicht sehen. Die sehen die Werbung aufploppen, finden es nervig oder interessant oder lustig und klicken es dann weg oder klicken drauf. Aber dieses Ding sehen die meisten nicht. Also was ist, Personen einschließen auf die mindestens eines der folgenden Merkmale zutrifft, das trägst du da ein. Da trägst du ein, wo was dazu einkommt. Da kann ich irgendwas Bestimmtes eintragen, wenn was einfällt. Ich kann natürlich auch so die Vorschläge durchsuchen und habe dann demografische Angaben, die ich möchte Leute, die einen bestimmten Ausbildungsgrad haben. Leute, die Abitur haben und ein Eigenheim haben. Leute bei Finanzen, Ertrag, die ein geschätztes, warte mal, die ein geschätztes monatliches Nettoeinkommen von mindestens 2000 bis 2600 Euro haben. Oder Leute, ich möchte Leute erreichen in Deutschland, die bei Facebook sind, in der werberelevanten Zielgruppe für 14 bis 49, die über 5000 Euro netto verdienen. Dann wären wir bei 3,7 Millionen Deutschen übrigens. Okay. Und du hast ja jetzt gefragt, wie weiß Facebook das? Ja. In dem Fall über Kooperationen. Also Facebook ganz konkret kooperiert da mit dem Statistikunternehmen Axiom. Das ist so ein Klassiker, wie du es früher vielleicht bei Einwohnermeldeämtern hattest, dass die ja ihre Einwohnerdaten weiterverkauft haben. Was damals wie heute übrigens illegal ist. Also wenn euch das mal passiert, ihr könnt eure Einwohnermeldeämter da verklagen übrigens. Das ist euer gutes Recht. Weil ich der Meinung bin, Datenschutz sollte da schon beachtet werden. Bei öffentlichen Behörden habe ich keine Angebiete unterschrieben. Bei öffentlichen Behörden. Das wäre noch schöner. Über diese Querverbindung, also Facebook kriegt diese Daten von Dritten, mit denen es halt zusammenarbeitet. Und Facebook weiß eben sehr, sehr genau, wo ich zum Beispiel wohne. Also beispielsweise, ich bin männlich, 24 Jahre alt, habe vielleicht als Wohnort angegeben. Ich wohne, ich lebe in der Bronx in New York. Aber durch IP-Adresse und Internet. Genau, mindestens IP-Adresse oder halt wenn ich irgendwo einchecke. Facebook fragt mich auch gerne so, wo bist denn du gerade? Oder einfach, dass ich halt irgendwelche Orte leise. Facebook sagt mir, es wird heute in Halle regnen, nimm einen Regenschirm mit. Obwohl ich Facebook nie gesagt habe, wo ich wohne. Ja, oder allein durch die Tatsache, dass du jetzt mit deinem aktuellen Alter, deiner Tatsache, du bist Student. Das weiß Facebook ja zum Beispiel auch, indem es bei WhatsApp und beim Facebook Messenger meine Nachrichten mitliest. Ich habe kein WhatsApp. Das wird einfach kontextuell ausgewertet. Aber du hast nicht schon mal den Messenger genutzt. Aber ich bin... Facebook habe ich genutzt, ja. Und ich bin auch eine, weil Theatergruppe mal die Anders, die eine Hochschulteatergruppe ist, spricht sich über Facebook-Gruppen ab. Und da werden die wissen, ey, wir sind alle Studenten. Und mindestens dadurch weiß ja Facebook schon mal, du bist Leidtheaterdarsteller, weil du in dieser entsprechenden Gruppe bist, weil das wahrscheinlich auch entsprechend markiert ist oder halt über die Diskussion, die ihr führt, dass das halt so alles drin ist. Und eben über diese Kontextualisierung und diese Drittdienste weiß Facebook dann, ah, okay, statistisch, weil du eben dort und dort wohnst, so und so alt bist, solche Freunde hast und so weiter, wie viel du wahrscheinlich auch verdienst. Du bist Student, du wirst vermutlich kein Einkommen über 2000 netto haben. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Und genauso eben auch bei Lebensereignissen, zum Beispiel Wannverlob. Das sind natürlich wieder Sachen, wo du einfach deinen Beziehungsstatus änderst. Aber was ich sehr, sehr interessant und auch bedenklich finde, zum Beispiel Politik, in dem Fall nur für die USA. Interagiert wahrscheinlich mit politischen Inhalten. Konservativ, liberal, Mitte. US-Politik, konservativ, liberal, Mitte, sehr konservativ, sehr liberal. Also dort weiß Facebook dann über halt entsprechende Auswertungen, sehe ich mich als sehr liberal, als sehr konservativ oder was auch immer. Übrigens auch hier gleich mit totalen Angaben. Also US-Politik, 42 Millionen sind sehr konservativ, 58 Millionen sind liberal und 29 Millionen sind nicht als Mitte. Das wären jetzt theoretisch Statistiken, die sich auch jeder irgendwo im Internet zusammensuchen könnte. Da haben jetzt Leute, die auf Facebook werben, keinen Vorteil, weil sie das jetzt wissen. Das sind glaube ich keine Geheimnisse. Facebook hat diese Information hier. Beschreibung. Personen in den USA, die sich für sehr konservative politische Parteien engagieren. Wenn du halt eine bestimmte Seite mal geliked hast, wenn du in bestimmten Gruppen unterwegs bist, die halt im Kontext von anderen Sachen, Facebook verknüpft dich ja mit deinen Freunden, mit deren Freunden. Das ist ein gewaltiges, interaktives Netz. Und dann weiß Facebook natürlich. Facebook sammelt alles, wettet alles aus. Genau. Wenn ich irgendwas Bestimmtes like, dann bin ich wahrscheinlich politisch so und so. Ja. Das sind sehr viele Informationen. Und die kann ich natürlich eben für Werbung benutzen. Das ist die eine Seite. Und damit verdient Facebook dann natürlich sein Geld, weil es mein Geld als Werbetreibender bekommt. Und die große Debatte ist eben, Facebook bekommt dieses Geld für die Werbung. Aber ich als Nutzer habe ja nicht mal die Wahl zu sagen, ich möchte vielleicht gegen Gebühr diese Werbung gar nicht haben. Das wurde jetzt nämlich übrigens auch angesprochen in dieser Anhörung vorm Kongress. Max Zuckerberg hat gesagt, er könne sich vorstellen, also ob das wirklich folgt, sei dahingestellt. Aber er könne sich vorstellen, dass Facebook so eine Art Premium-Funktion einführt, wo dann eben keine Daten erhoben werden. Aber das sind halt gegen Entgelt. Gibt es dann in dieser Werbeanzeigenmanager noch irgendwas Spannendes, was man nicht erwartet hätte? Also das Spannendste ist eigentlich das Targeting. Okay. Du kannst natürlich auch Verbindungen und sowas hinzufügen, wie beispielsweise Leute, denen meine Facebook-Seite gefällt oder Vergleichbares. Ich kann aber zum Beispiel auch sagen, ich möchte Leute, denen zum Beispiel das Coca-Cola gefällt. Ah, weil du den Fans abgreifen möchtest. Genau, da kann ich halt sagen. Coca-Cola, Sie oder Mexiko. Beispielsweise. Oder auch immer daneben angezeigt, wie viele das sind. Also insgesamt global. Also alle Leute, die das sind, das ist halt toll. Ich finde zum Beispiel Vanilla, Coca-Cola, 74.000 haben das bewusst geliked oder irgendwie damit interagiert. Dann kann ich natürlich auch sagen, wenn ich jetzt, ist bei uns in der Stadt ja jetzt gerade, wir haben ja so neuen Fastfood-Schuppen. Und wenn du sagst, hier McDonalds, Burger King & Co, was weiß ich nicht, was da so alles kreucht und fleucht. Das sind meine direkten Konkurrenten, deren Kundschaft möchte ich einfach. Also wenn dir das gefällt, könnte dir auch das gefallen, so das Prinzip. Deswegen möchte ich dir die Werbung zeigen, weil vielleicht gefällt dir das ja sogar noch besser, als was dir vorher schon gefallen hat. Aber hier war interessant, dass jeder, der die Werbeanzeige schaltet hat, sofort Zugriff auf all diese Zahlen hat. Der wird nicht sofort wissen, die Person hat das. Außer wenn dir das Facebook-Konto ein bisschen durchforstet, das kriegt mir ja auch alles hin. Neomagazin hat es vorgemacht mit Prism as a Dancer. Facebook hat eine Sicherheitsvorkehrung. Wenn deine potenzielle Reichweite, also die Leute, die du insgesamt erreichen kannst, unter 1.000 fällt, dann kappen die das. Ah. Dann machen sie nicht weiter. Einfach um zu verhindern, dass du halt nur eine einzelne Person targetest. Also mit anderen Worten, zum Beispiel vielleicht auch jemanden verfolgst, psychisch stabil machst du dich irgendwelche Werbung. Okay, na, na, immerhin. Also das gibt es momentan. Das heißt nicht, dass du es nicht machen kannst, wenn du diese Person gut genug kennst. Aber Facebook gibt dir keine detaillierteren Daten mehr. Also die sagen halt, du kannst dann zwar weitermachen, aber bei 1.000 ist es dann deine Mutmaßung, wie viel du noch angibst, wie viele Leute es dann wirklich erreicht. Wow. Aber das ist ja schon ein bisschen gut. Ja, man kann sich hier, glaube ich, richtig, richtig tief eingraben, aber uns läuft die Zeit davon. Ich würde gerne in den kommenden Folgen nochmal über Influencer-Marketing und Werbung sprechen, weil das nochmal was ganz anderes ist, aber auch Social Media benutzt, auch mit Zielgruppen. Zunächst kurz zurück zur Religion. Kennst du Jagannath oder Jagannata? Ich kenne Jagannord, aber das ist wahrscheinlich ganz anders. Aber das Begriff Jagannath basiert auf der Legende von Jagannath oder Jagannata und man könnte ihn als Superhelden bezeichnen. Deswegen kommt jetzt vom Diablo-Sing-Orchester Superhero Jagannath. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einen Hinweis in eigener Sache. Bei Haftpflichthelden könnt ihr eure Haftpflichtversicherung für 72 Euro jährlich abschließen. Unterstützt uns und werdet Mitglied bei Haftpflichthelden. Mit unserem Rabattcode könnt ihr dabei 10% Beitrag sparen. Geht jetzt auf online-gaster.com-haftpflichthelden. Und jetzt geht es weiter mit der Sendung. Superhero Jagannath vom Diablo-Swing-Orchester vom neuen Album Pazifistikas. Und wir wollen noch kurz überreden, wie Werbung eigentlich aufgenommen wird in der Gesellschaft. Nicht gut. Ja, ich habe jetzt mal ganz bewusst Titel hier zerstört. Werbung, unsere Kultur. Ich würde sagen, join. Das kommt immer darauf an, was du für Werbung machst. Ich habe mir mal ganz bewusst eine Statistik rausgegriffen, als Quelle übrigens YouGov. Da ging es darum, wie die Generation Z, also eben die aktuellen Jugendlichen, also Leute so bis Anfang, Mitte 20 irgendwas jetzt, die ja mit dem Internet und Social Media und Smartphone groß geworden sind, wie die einfach Werbung betrachten. Ein Drittel klickt einfach weg, wenn möglich. Ein weiteres Drittel stört sie. Die stört es meistens, aber die klicken wahrscheinlich weg. 23% schauen sich an, wenn sie Inhalte sich interessieren, was man ja mit zielgerichteten Social Media Werbung auch gut erreichen kann. Und 10% fällt es kaum auf. 2% sagen, gibt mir häufig nützliche Hinweise. Das finde ich süß. Social Media Werbung, wie bei Facebook, Instagram und so weiter, das war jetzt dort als Beispiel herangezogen worden, wird also tendenziell eher in Deutschland als störend empfunden, was ich glaube auch zu den Sichtfalten für normale Werbung passt. Was ich aber wieder schön finde, dass fast ein Viertel sagt, schaue ich mir an, wenn mich die Inhalte interessieren. Und da greifen die dann an und sagen, okay, ich schalte nur Werbung, die dich interessiert, die ich persönlich dann auch nicht als sich so störend empfinde, wie Werbung, die einfach irgendwas ist, wo einfach irgendwas ins Gesicht springt, was mich überhaupt nicht interessiert. Dann lieber irgendwas, wo ich da schon mal gesucht habe, weil dann vielleicht kommt da tatsächlich mal was, was mich so interessiert. Der große Vorteil von Social Media Werbung, meiner Meinung nach, ist diese Zielgerichtetheit. Bei analoger Werbung wie Zeitung, da kannst du nur hoffen, als Werbetreiber die richtigen Leute zu erreichen. Und als Leser von einer Zeitung kannst du ja auch nur, also du kriegst ja die Werbung vorgesetzt. Das ist keine, die dich immer interessiert. Also ich als Mann kann mit keinem OB-Werbung oder mit einem Heiratsvermittler oder Brautausstatter nichts anfangen. Wieso kannst du mit einem Heiratsvermittler nicht anfangen? Ich habe schon eine Frau. Achso. Aber Männer generell können da was anfangen. Aber ich bin da vielleicht einfach nicht die richtige Zielgruppe. Ja, aber es gibt zumindest die Zielgruppe der Zeitungleser. Wer heute noch Zeitung liest, ist ja an sich auch eine Zielgruppe. Und daran wird sich schon ausgerichtet. Das machen ja auch Zeitschriften. In der Computerzeitschrift wirst du keine Werbung für OB finden. Da findest du dann Werbung für neue High-End-PCs, Videospiele oder Antivierung-Software. Es gibt OB jetzt mit Bluetooth-Verbindungen. Dann könntest du wieder interessant werden. Wozu? Ich glaube, wir sollen das Thema beenden. Bluetooth macht alles besser. Wir sind so schon viel über der Zeit. Ich muss gucken, ob wir das noch hinbekommen. Auf jeden Fall machen wir noch ganz schnell ein Feedback. Online-Geiste. Feedback. Wie immer gibt es alle Sachen zum Thema auf online-geister.com-folge 023, Folge 23 war das. Christian sagt natürlich auch öfter mal beruflich und privat was über das, was wir heute behandelt haben. Auf seiner Internetseite schrift-architekt.de könnt ihr ihn finden. Ihr lasst uns eine Bewertung bei iTunes. Kommentiert gerne, gerne mehr Nachrichten. Konnotiert uns auf Twitter. At Christian Allner und At Real Jason. Noch was? Vielen Dank, dass ihr euer Ohr geliehen habt. Ja, das war's für heute. Und beim nächsten Mal geht es um den Countdown to DSGVO. Tschüss. Das war Online-Geister. Radio bei Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com. Musik 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 Vielen Dank.